Ist iCrymex echt? Viele Leute fragen sich viele Dinge über iCrymex, aber woher wissen wir eigentlich, ob iCrymex wirklich echt ist? Ich meine, iCrymex leben ist wie GTA. Vielleicht ist iCrymex auch einfach aus GTA, aber wie können wir herausfinden, ob iCrymex echt ist? Ich meine, wir können nur seine Videos und Livestreams anschauen. Woran kann man jetzt aber erkennen, ob er echt ist? Klar, er ist da und er macht Videos, aber wir brauchen den ultimativen Beweis dafür, dass er existiert. Viele Leute haben schon iCrymex auf der Straße getroffen und mit ihm Fotos gemacht. Das heißt, wenn er nicht echt wäre, dann könnte er kein Foto mit einer echten Person machen. Außer in GTA, aber das hat er, also ist iCrymex echt. Denkt ihr, es wäre toll in GTA zu leben? Abonniert und jetzt tschüss.